Wahlkreis-Rätsel des Alltags Ich finde gut, dass er Wahlkreisbüros hat. Aber Heide in Holstein gehört gar nicht zu unserem Wahlkreis. Das gehört zum Wahlkreis Dithmarschen Nord- und Nordfriesland und hat auch einen ganz anderen Bundestagsabgeordneten. Rätsel über Rätsel. Vier Jahre gute Zusammenarbeit, aber vier Jahre ein Wahlkreisbüro außerhalb. Man weiß nicht warum. Alles Gute.